unwichtigste getränk überhaupt dann ist bier auch wieder komplett aufgefüllt äpfel könnte man noch mal bestellen bananen gerade zu viel noch eine lieferung ja gar nichts jetzt kommt kein lieferung mehr also hier noch drei äpfel rein ich glaube nicht aber sondern zwei reinen äpfel rein das obst egal nicht so optimiert von dem könnte man noch was holen 1 2 3 4 5 6 7 14 in einer reihe vom zucker warum noch ein paket wir haben es ja dann könnte man ja mal gucken das nächste was ich hole ist ist die erweiterung da führt kein anderer weg vorbei den laden ein bisschen erweitern kostet glaube ich 1500 ne größer 1500 ich fürchte das wird aber nur eine ganz kleine ecke sein ich fürchte tatsächlich ungefähr die ecke so groß ist wie die türeingang und zwar hier dass das hier quasi zwei erweiterungen sind das wäre ein bisschen furchtbar das wäre ein bisschen furchtbar weil ich bräuchte auf jeden fall für das nächste level die dinge überhaupt irgendwas egal für das nächste level drei vier wieder vier also brauche ich zwei obstände das haben wir Ackerbau was ist das egal eins zwei drei meine regale gar nicht da bräuchte hast du dich da brauche ich nochmal zwei regale gut anderthalb eigentlich aber wieviel da gibt es denn eigentlich 20 ah ja 20 ok in kürze in kürze da kannst du mir schon noch die bestellung angucken bankenkredit ja also auf jeden fall brauche ich noch zwei obststände und also eine auch für hier damit wir die kohl noch unterkriegen können die kokosnuss mit einer gurke werden drei weg dann hätten wir das hier noch da bräuchte man halt einen zweiten zwei obststände ähm die zwei sind abgedeckt mit regalen dann haben wir noch drei produkte und zwei ich weiß nicht ob ich ich auch glaube ich die erweiterung sonst wird es richtig eng ja obwohl hier würde ja noch ein regal reinpassen und ich würde hier noch rum kommen aber der obststand wir brauchen jetzt zwei obststände die machen mir ein bisschen sorgen ich brauche hier noch zwei obststände das könnte richtig eng werden hier in die ecke können wir ja nichts reinbauen könnten hier einen kühler reinsetzen aber auch nur einen würde da ein regal reinpassen? ne ein kleines vielleicht aber so ein kühlding würde da auf jeden fall reinpassen ich habe hier ein großes kühlding kühlschrank klein kühlschrank groß erforderliche store ebene kann ich leider nicht erkennen aber eigentlich dürfte sich das nicht viel nehmen da passt vielleicht das doppelte rein aber ist dann auch doppelt so groß ist dann natürlich günstiger als zwei kühlschränke als zwei kleine aber ist auch der einzige vorteil aber es passen nicht mehr Produkte rein das Ding ist bloß größer es passen mehr von jedem einzelnen Produkt rein was man reinpackt aber mhm 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 mit ganz also ich kann es nicht erkennen was würde denn die nächste Ebene kosten 1000 aber wir spannen auf die 1500 und gucken mal wie das dann aussieht Ticker haben wir jetzt wieder genug drin überfahren überfahren genau genau was ich brauche das ist perfekt genau was ich brauche wir sind ja auch wir sind ja selber stufe 3 aber die größte ist noch stufe 1 Warte, preislich? Ne, preislich haben wir glaube ich nichts weiter. Ne, lass mal kurz gucken. Aber preislich haben wir jetzt nicht nichts auf was Neues einrichten. Ich glaube ja im Moment würde das Spiel im Koop sicher Spaß machen. Im Singleplayer würde ich warten bis man einen Mitarbeiter hat. Für die Kasse. Dann kann man 24-7 aufmachen. Keine Glück heute. Dir fehlt irgendein Produkt. Welchen für nächstes Level? Ich hab keine Ahnung. Danke. Oh, dieser ist auf meiner Liste. Bring diese hin. Nur diese, danke. Nur diese, danke. Das ist nur was ich brauche. Danke. Ich freue mich, das schnellste Checkout. Sandsturm. Kommen Sie rein, kaufen Sie einen. Cheapos Chips. Die Chips für Menschen, die sich keine echten Chips leisten können. Just what I was after. Just what I was after. Just these, thanks. Das kann ich, kann ich das? Stream Deck auch? Der Zufall rausziehen? Dass ich immer das gleiche drin ist. Thanks. Just these today. Wo der Rosco abgespielt wird? Ich glaube ja. Ich glaube der hat automatischen Wendermizer drin. Das ist just what I need. Just these today. Halt. Bye. Just what I was after. Let's get these scanned. Ja, scannen mich mal so ein bisschen. I'll be on my way. Der zahltbar. Der wahrscheinlich auch. Der Aloha-Mann. Yes, found it. This is perfect. Exactly what I was looking for. Goodbye. Just these today. This should do it. Goodbye. Just these, thanks. Bye. Just these today. Mhhhhh... 280? This should do it. Bye. Just these. Thanks. Just what I was after. Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh. Just what I was after. No, I can't find it anywhere. I can't find it anywhere. Found it. Exactly what I need. Just what I was after. Let's get these scanned. Just what I was after. Thanks. Bring these up. Just what I was after. See you next time. Just these, thanks. 60? Thanks for the quick service. Ja. Schneller als Billy Gonzales. Wenn's ums Kassieren geht. Die sind eigentlich hinten aus. Ja, geht eigentlich noch. Okay, die geht. Die hat wohl nix gefunden. Wo hast du von allem noch was da? Wir haben doch bestimmt ne Avocado schon verkauft, oder? Perfekt. So, blaue Milch. Perfekt. Komm schon, steht noch gar keine an der Kasse. Grüne Milch. Grüne Milch. Die Heummilch, ne? Chips. Oh. 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 Des Todes. Gleich um drei Jahre gealtert. Es sich erschreckt mich nicht bei Horrorspiele, aber hier. Oh. This is perfect. Thank you. Bring these up. Wow. Appreciate the quick checkout. Appreciate the quick checkout. Bye. Just these today. This and I'm out. I'll be on my way. Oh. This one's on my list. Thanks. Apple Cinnamon. Erschreckt mich ja nicht nochmal so. Mit eurem Innersten. Oh. Dann haben wir noch Bier hier. Im Lager. Exactly what I need. Exactly what I need. Exactly what I need. Exactly what I need. I need. Exactly what I need. Thanks. Just these. Thanks. Just these. Exactly what I need. Exactly what I need. Exactly what I need. Just these today. Just these today. This is perfect. Just what I was after. Just these today. Just what I was after. Exactly what I need. Exactly what I need. Can't seem to find it. This is perfect. Exactly what I need. Exactly what I need. Just what I was after. Just what I was after. Dankeschön! Dankeschön! Das ist nur das heute. Das ist genau das, was ich brauche. Ja, gefunden! Tschüss! Dankeschön! Ich denke, ich werde meine Kreditkarte benutzen. See you next time! Ich brauche keine Kreditkarte. Kreditkarte! Just these! Just what I was after. Gleich ein Fehler. Aber... Man tut, was man tut. Just what I was after. Kommt mir nicht zu nah mit euren Gesichtern. Blaue Bier. Wart mal schon. Orangene Bier wäre ganz gut. Oha! Na gut. So, werden wir euch noch los hier, ne? 37. Just these today. See you next time. I think I'll use my Kreditkarte. Ja, wehe. Tatsächlich. Jetzt hier keine Kreditkarte. So. Jetzt. Probe aufs Exempel. Ja, ein bisschen Geld, um nachzubestellen. Aber mir geht's jetzt darum, dass wir das Ding hier kaufen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Shop auf Erweiterungsname erweitern möchten? Danach können Sie keinen Downgrade mehr durchführen. Warum soll ich den Downgrade durchführen? Habe ich da was verpasst? Aber da muss man Stufe 5 sein für die nächste. Oha, nach hinten ging das. Oha! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist doch ein ganzes Stück. Erweitert sich das Ganze dann einfach nach hinten? Ja, guck mal. Theoretisch. Theoretisch könnte das natürlich bis hierher gehen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Jedes Soundteil. Die Straße muss ja belassen werden. Also vielleicht noch 5 Erweiterungen. Obwohl, wie viele Erweiterungen stehen? Ah, warte mal, hier drüben geht's ja auch noch, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das hieße, wir haben jetzt eine, 12 Erweiterungen. Finde ich da richtig. Der Schlag hat sich auch erweitert, sehe ich gerade. Die ist jetzt in beiden Richtungen erweitert. Erforderliche Speichergröße, 9. Was sind erforderliche Speichergröße? Lagergröße, oder was? Für eine Store-Ebene, verstehe ich. Speichergröße. Was heißt das? Muss ich da so und so viel Lagerregale besitzen? Hm. Da hab ich mich ein bisschen sauber erschrocken. Muss ich jetzt mal zugeben. Es hat sich in alle Richtungen erweitert. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So ist die Reihenfolge natürlich nicht mehr richtig, ne? Weil der Reis müsste jetzt hier rein und die Suppe müsste hier rein. Aber das wäre jetzt... Ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Was ist das? Also, wenn du dich nicht mehr in den kleinen Steinen auf den Boden gefällt. So ist es, wenn du dich nicht mehr in deinen Boden gefällt. So ist das ein bisschen zugeben. Es ist alles richtig. Aber das ist, wenn du dich nicht mehr in den Boden gefällt. Das ist die Regen, die Säule nachfällig ist. Die Säule nachfällig ist. Ja, hier kann man noch durchlaufen. Uh, ist das eng. Also würde gehen. Irgendwie. Hässlich, aber es würde gehen. Ich könnte mal vermutlich hier auch noch ein Obstding hinpacken, aber wir bräuchten ja zwei für das nächste Level. Na gut, kann man hier auch einen hinbacken. Schön weit voneinander entfernt. Das würde tatsächlich funktionieren. Okay, dann ist jetzt erstmal auffüllen dran. Hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ähm, ist er? Sortieren wir erstmal. Warum habe ich das gemacht? Erstmal oben aufgefüllt werden. Und so blieb gut. Und so blieb gut. Und so blieb gut. So blieb gut. Und so blieb gut. Und so blieb gut. Und tan baby gut. die roten lieben nicht so ganz gut ja ansonsten erstmal das oder wir füllen erstmal das bier nach ich habe hier rotes und grünes ich frage jetzt welches rote grünes zum beispiel nicht da oben braucht auch rot oder ist nicht mehr so viel da brauchen wir auf jeden fall nachschub grünes fehlt noch grünes also nicht grün das weiße grünes fehlt tatsächlich komplett warte wir prüfen das mal an aufendorf muss einmal bestellt werden und schneider und einzig aufendorf schneider und einzig aufendorf schneider und einzig die sind schon mal drin so waschpulver was haben wir gesagt 15 passen in eine reihe zwei reihen fehlen oh noch einmal einmal mehr einmal chips holen wir 14 zwei reihen und wie geht es aus mit basmadi 1,2,3,4,5,6,7,14 und zwei reihen genauso wie bei dem bohnen bei dem bohnen 18 128 kröten haben wir noch einmal rot einmal gelb kekse ähm mal gucken 1,2,3,4,5,6 oh gott ich habe hier verzählt 3,4,5,6,7,8,9,10 10 30 stück anderthalb reihe fehlen uns da hätten wir ein bisschen was übrig aber wir haben kein Geld mehr müssen noch Puderzocker kaufen 30 haben wir schon ja 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 ich werde ja kein Geld mehr haben Puderzocker 1,2,3,4,5,6,7 wegen der Erweiterung 14 und 2 reihen fehlen oha gut dann sind wir halt Plank ich bin Plank dann aber Plank so mehr Spurber aber viel bestellt ist glaube ich gar nicht so billig Waschpulver immer klickt man noch rein dann kommt schon das Bier ist okay wir hätten ja ein Bier sparen können aber da habe ich es lieber auf Vorrat so das ist jetzt das grüne Bier was hier fehlt das gelbe 1,2,3,4,5,6 3,4,5,6,7 ja das schon ja sieben Bier Milch haben wir auch nicht mehr aber ist noch da oder Milch ist noch ein bisschen da so ich wäre soweit die Liefung kann kommen die nächste auch reicht noch nicht wirst du noch mehr trinken morgen ist Einkaufstag ich habe noch ein paar Flaschen um Um. Um. So, mal reinschmeiden, ob der LKW schon die nächste Lieferung bringt. Wir müssen ja optimieren die Arbeit, die Akkord. Mal Chipsy. So sind die Chips hier. So, da bleiben natürlich welche übrig. Kommt auch schon der nächste. Mehr habe ich nicht bestellt. Kann ich mir mal nicht vorstellen. Also wenn ich nicht mehr bestellt habe, dann kann man auch rauf machen, ne? So ist da übel. Wenn mir das Geld nicht gereicht. Irgendwann muss der Stopp sein. Und noch ein paar Kekse. Und Puderzocker hätten wir auch noch was reinpacken können. So, ich bin jetzt hier. Ich ruhe kurz meinen Arm aus und meine Schulter. Und dann kassieren wir nochmal. Ja, warte mal. Mein Arm hat sie noch nicht erholt. Mit Kater, natürlich. Ich bin sehr stolz auf dich. Du und deine Kreditkarte. Beste Kumpels. Ja, ich auch, wenn das drauf wäre auf dem Konto. Ja, ich bin sehr stolz auf dem Konto. Ja, ich bin sehr stolz auf dem Konto. Das ist alles da. Was mach ich denn? Wollte ich schon mal die volle Summe abgeben? Ich denke, ich benutze meine Kreditkarte. Danke. Danke. Bei Wind und Wetter kommen sie und liefern. So habe ich aber eigentlich nicht gerechnet hier. Ja, finde ich auch. Bin auch sehr nice. Okay. Okay. Danke. Ja, das ist alles. Danke. 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 Bitteschön. Na klar, bitte. Danke. Eine kleine Triegel-Funktion wäre aber auch schon mal irgendwie cool. Finde ich. Was ich hier für Arbeit leiste. Das ist keine Kreditkarte. Und dann viel zu viel Wechselgeld vorleihen. 25, na klar. Danke. Just these today. Goodbye, just these today. Cool. Will die gerade 14 Dollar noch was wiedergeben. Ja, mit Karte. Äh. 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 24. Ein Drittel haben wir schon wieder von der letzten Erweiterung. 500 Kröten. 500 Kröten. This should do it. Thanks for the quick service. Just what I was after. Bring these up. Yes. Found it. This is just what I need. Thanks. Ich kann nicht wozu man die Dekorationen braucht. Nice. Seien die Lockner mehr Kunden an. Ja, da gibt's doch keine Statistik oder sowas, ne? Oder Infos. This is perfect. Just these today. Just what I was after. I'll be on my way now. This one's on my list. I'll be on my way. Bring these up. Bye. Natürlich. Benutze deine Kreditkarte. Ein Bier. Ich wollte gerade sagen, da hinten ist ja gar nichts, aber da haben wir keine Waren. Einzige was wir in Sichtweite haben, ist das Bier. Hehehe. Kann man vielleicht eine Uhrzeit ausmachen, wann mehr Kunden kommen und wann nicht? Oh, this one's on my list. Und ich darauf irgendwie... ...einrichten kann. Ob man vielleicht eine Bestellung macht. Solange der Laden offen ist. Ich glaub nicht. Der ist quasi schon wieder fast voll. Das ist schön für dich. Ich kann den auch benutzen. Das ist perfekt. Äpfel nachbestellen, Bananen nachbestellen, Avocados. Das sieht gut aus. 90 Cent. Entschuldigung. Das ist genau das, was ich brauche. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Just these, thanks. Just what I was after. Goodbye. Uh, Cakesparty oder was? Weiß auch immer das ist. Just these today. Just what I was after. Goodbye. Und es gibt eine Sache, die haben wir nicht. Und zwar fehlt uns ja eine Fruchtsorte fehlt uns ja. Avocado. Ich habe noch nie in meinem Leben Avocado gegessen. Na klar, tschüssi. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Hier wollen wir die Katze stressen. See you next time. This one's on my list. Bring these up. Exactly what I was looking for. Thanks. Obstlo. Thank you. Just these today. This should do. Bye. I can't find it anywhere. Ich weiß, es fehlt ein Obst. Obst. Gelb. Die andere steht an der Kasse. Hier steht an der Kasse. Exactly what I need. Exactly what I need. Die Kasse. Yes. Found it. Thanks for these things service. Das war schnell. Bye. 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 Just these thanks. Just these thanks. Die haben nicht das was sie braucht. Gehaltserhöhungen gibt es hier nicht. So, Bier ist aufgefüllt. Jetzt mit Kreditkarte. Ich habe einfach von jedem eins bestellt. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber wir haben erstmal von jedem eins bestellt. Wir brauchen sicher mehr. Nur die Banane. 80 Cent. Ich habe keine Kunden da. Ich habe Zeit. Ich kann jetzt schön rumpacken. Wer hätte noch eine gekonnt? So, dann haben wir hier die Crunchy Kekse. Ich habe wieder einen Kunden glücklich gemacht. Die stören das Einräumen, wenn die hier durchlaufen. LKW auch nicht so lange stehen lassen hier. Vor allem jetzt, wo der Sandsturm kommt. Das ist perfekt. Okay, Waschmittel ist damit fast alle. So, ab an der Kasse. 49, natürlich. Einmal Kekse mit Kreditkarte. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 8. Was ist hier? Oh, den hat nur nachbestellt. Ganz vergessen. Ich habe alles bis auf das Obst. Mehl. Ich habe von allem nur zu wenig. Vor allem Geld und Glück. Manche sagen es gilt, aber Geld und Glück ist glaube ich, das ist der oberste. Hm. Ich bin sehr stolz, dass du die alleine bedienen kannst. Ein bisschen was Martyrer ist. Ich muss bald schließen und nachbestellen. Ich muss bald schließen. was ich für mich. Nur diese, danke. Nur diese heute. Das und ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Die Tür ist zu. Nur diese, danke. Das ist nur was ich brauche. Da kommt sie schon. Da kommt sie von hinten hin. Okay, so. Goodbye. Ist noch einer versteckt hinten? Nee. Hier ist so. Auf geht's. Der kommt hier wohl nicht. Haben wir gerade aufgefüllt, mehr oder weniger. So. So, fixe. Oha. Oha. Okay. So. ней. Wie geht's. Ein Obstregal Zwei große Regale Warte Zwei, dann haben wir schon 650 15 passen rein, zwei Reihen fehlen Waschi waschi Ja muss gehen, sind schon acht Stück, bestellen wir gleich So, Mill Dann sagt er, das wäre der feinste Fressladen zwischen hier und San Francisco Mir leid, Gentleman Ich darf sie nur hereinlassen, wenn sie Mitglied sind Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme Na, versteht er sich ja nicht Bitte sehr Weg Hallo John 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sätzchen, Zinamon, zwei Reihen fehlen, fast drei Sonst sind es jetzt drei Kartoffelschips hat man Basmati Reis Wie viele haben wir jetzt? Acht Okay, komm So, Basmati Reis Ähm, da passen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 Stück rein, zwei Reihen fehlen auf jeden Fall Bestell mal Die Bohnensuppe Das passen 19 rein, das habe ich gemerkt Zwei Reihen fehlen auf jeden Fall Ja, das muss reichen Äh, dann kommen jetzt die Kuchen, bitte Brot einmal Und Zitrone einmal 3, 4, 5, 6 Okay, passt noch was Erstmal runter Keks und Puderzucker Ich habe mega Delay Bin in Ägypten im Urlaub Boah Mit dem iPad Angeber Ich hoffe, du genießt deinen Urlaub Wie spät ist es denn jetzt da? Schon wieder früh morgens, ne? Ich hoffe, du hast Spaß 6, 7, 8, 9, 10 30 von diesen Keksen 25, okay 3, 4, 5, 6, 7, 8 Okay, einmal Puderzucker Können wir auf jeden Fall bestellen Aber es fehlt wahrscheinlich mehr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Zwei Reihen 9 plus 9 sind 18 Bestellen wir Ah Bestellen wir noch zwei Geht nicht So, das ging Bier und Milch habe ich aufgefüllt, glaube ich Fast Wir bestellen einmal Avocado Äpfel nicht, aber einmal Avocado Können wir noch mit reinnehmen Oh, warte, wir können auch Wir können jetzt auch Kohl bestellen Wir können jetzt auch Kohl bestellen So 1, 20 Uhr 12 Eine Stunde weiter Na gut, dann ist aber langsam mal Bettzeit, oder? Urlaub hin oder her Jemand muss ja darauf achten, dass du auch genug Schlaf bekommst Was macht man in den Ägypten? Schnorcheln Pyramiden angucken So, okay Mal gucken, ob der Plan aufgeht Kann ich jetzt hier Ein Obstregal aufstellen Und ich passe hier noch durch Ja, eng, aber ich passe noch durch Und dieses Obstregal Das wollte ich Wo würde ich das hinstellen? Hier Oh, das geht sogar Cool Ich habe noch ein Regal, oder? Ja Ich meine, im Prinzip Guck mal, John Ich bin auch in der Wüste Ich bin auch in der Wüste Ich Ach, hätte ich auch hier gucken können Waschpulver haben wir bestellt Ja, so schnell Ist das Geld weg Alles fürs Vorbereiten Fürs nächste Level Ich hoffe, es geht dir gut da drüben Da unten Ja Da fehlt doch was Der passt ja nicht rein Der habe ich nicht bestellt Ach nee, ich habe immer bloß Ich habe die Bestellung immer schon abgeschickt Glaube ich Na gut, ich habe nicht, wo mir das geht Zum Werfen angefreundet Scheinbar Apfel und Cinnamon Ist das hier? Da haben wir hier noch Mehl Ich höre schon die nächste Lieferung kommen Da geht das Tor auf Halt Ich gehe gerade Mit dem Blutzucker braucht man eine ganze Menge Hab ich so viel bestellt? Ja, glaube schon Ich glaube schon Das ist Sau Das glaube ich Das glaube ich Wird aus den Spitzen glaube ich gar nicht mehr rauskommen Ich würde das Hotelzimmer gar nicht mehr verlassen Weil es mir peinlich wäre Dass ich immer mit einem nassen T-Shirt rauskomme oder so Ist mir hier schon peinlich Und ich schwitze halt sehr schnell Bist du alleine hingefahren oder mit Bekannten? Kumpels, Kollegen Bohnensuppe 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 Arm kurz ausruhen. Ah, Wocado. Ein bisschen Zucker. Da fehlt aber auch noch was. Ah, da ist noch Zucker. Cabbage. Und noch mal Zucker. Da geht noch einmal. Wie viele Brunnen sind das? Ich glaube, 15. Ja, da hätte ich was übrig. Im Prinzip. Der Puderzucker würde auf jeden Fall noch mal gehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Ich glaube, 25 sind in einer. Da würde das fast eher passen. Oh ne, wir lassen das so. 570 haben wir. 570 Kröten. Milch. Hören wir mal auf. Bier lassen wir auch so. Oder Blau, Orange. Oh, es fehlt von allen was. Bogen ist. Boah. Bis zumal. Vielen Dank.